Nee, das dauert mir nicht zu lange MANN JETZT ALTER Was du? Der Bastard man! Rastet doch mal nicht so aus Ach Niko Womit hast du denn geantwortet? Mit gar nichts Wieso nichts? Digga ich hab 7 Eisen Oh krass alter Ich auch Digga Lass zurück Alter, lass für die am NEIN Mich wird geschossen Niko Hilf mir Hilf mir Ich bin doch erst zwölf Ich kann gar keine Minecraft Das Bett vom Blau ist auch kaputt Wir müssen jetzt erstmal auf die Blau Ah ne warte wir sind ja blau Wir müssen auf Gelb gehen Da ist ein Gelber genau Niko Niko Welche Richtung muss ich laufen? Zu mir, hallo ich springe hier Das ist die Falsche Oh oh Warte mal hier ist keiner Hier ist keiner Ich kann das Bett abbauen Wuuuhuuu Ja wir sind geburten Das war das von Grün Und da war kein Team drin, also die waren nicht da Ah das ist doof Hä? Wer baut das denn kaputt hier? Bei uns? Hä? Der ist unsichtbar oder so. Weiß ich nicht. Autsch. Nico, jetzt lass du die nächsten rein. Ok, ja, 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 nein, 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 nein. Ja, ja, nein, 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 nein. Ist das nicht unser? Nein, Dieter, ja! Das hier ist unser. Oh cool, ich hab Eisen. Oder warte mal, haben wir das mit Gloucester und zugebaut? Toll, ich bin zu blau gerannt, du Bastard Oh! Guck mal, ich glaub einfach mit'n Goldschwert drüber, ist mir scheißegal, wenn ich sterbe Du tust immer so, als wer sterben irgendwas schlimm ist A few moments later Nein, bau doch nicht den Weg rüber, man, bist du behindert! Nee, das dauert mir nicht zu lange Mann, jetzt! Alter! Was du? Der Bastard, man! Raust du doch mal nicht so aus Der soll mal den Weg da nicht rüber bauen Nein! Scheiße, die Brücke ist ja kaputt Ach, ich soll mir das Gold nehmen A few moments later Ihr habt da weiter Premium Nee, natürlich Wir brauchen 5 Minuten, um zu reinkommen, aber wir kommen rein A few moments later Ja, warte, nach der Runde adden wir dich, dann kannst du auch mal mit in die Party Nein! Nein! Ach, ich hab genau blöd Nein! Die Brücke! Die Brücke ist immer noch nicht zu Ende Danke, dass du da runtergefallen bist Oh, eine Missgeburt Ich hab recht von dir Oh, Nico Okay Er ist 13 Ich hab einen getroffen! Ich hab einfach von der Dings runtergedingst Egal, mit dem kann man trotzdem Ich hab einen von der Brücke runtergedingst Guck, einen blauen Ich hab einen einer dabei getötet Ich renne da jetzt rein, auch wenn der nicht mehr da ist Ach doch, der baut sich grad runter Meinst du, der begrüßt mich? Aua Ich bin tot Nein, da ist ein Loch in der Basis Nico, du hast dich getötet, brauch dich rüberhastung, Blöcke? Ja, ich hab da Hilfe Ja, ich hab da Hilfe Nein, Mann! Das ist so scheiße! So, jetzt! Nein, das geht nicht. Dafür will ich noch mal gucken. Ich wurde gestorben. Ich wurde gestorben. Alter, echt? Ist ja gut. Wir nehmen mich jetzt hier gleich mit dem Bogen runter zu schießen, weil die natürlich schon wieder einen haben, weil unser Team zu unfähig ist, eine scheiß Treppe zu bauen. Ich hab da einen gebaut. Wieso immer Potthessl? Das ist wirklich schön. Ja, ja! Du Brille, du bist geboren! Wo ist denn hier Eis? Einmal nach rechts. Einmal nach rechts ist es gleich. Okay. Die Bild-Zeitung hat gepostet. Von hochoffizieller Stelle kommt dieses Foto an. Dann spring ich runter und schlag ihn einfach. Ich hab nichts aus dem Essen und diesem Knüppel. Ich wär kurz einmal in die Mitte, aber ich komm da nicht hin. Niko, da kommt ein Gelber. Genau, Niko. Der ist nur am Camp dieser Muskel. Der rennt zu uns, der rennt zu uns in der Base, der rennt zu uns in der Base. Niko, Niko, der rennt zu uns in der Base. Anderer Niko. Ich mein, ich mein auch schon Niko Gauß da. Niko, ohne dir! Nein! GG, ich bin runtergefallen. Ja, GG, ich komm da nicht hin. Ich komm nicht weg von der. Niko, der ist oben. Ja, GG, ich hab keine Ahnung, wo hier die Leiter ist. Ja, unser Bett ist da. GG und ich bin da unten. Ja, geil. Ich sterbe nicht für diesen Mist. Er ist runtergefallen. Er ist... Er ist runtergefallen. Er ist... Er ist runtergefallen. Wiss ich nicht. Sorry, meine Freundin wollte bumsen. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Wer schreibt das? Sein Typ. Seid old. Sorry, meine Freundin wollte bumsen. Ja klar. Da musste ich ihr erklären, dass ich meine Runde noch zu spielen muss. Da meint ihr seine rechte Hand. Meine Freundin wollte bumsen, aber ich wollte noch weiter Minecraft spielen, alter. Das muss man sich mal vorstellen. Spätzen. Ja klar, weil meine Freundin halt dann... Bumsen. Das dann sag ich auch immer. Nee, ich muss meine Runde Minecraft zu Ende spielen. Nee, nee. Ich musste noch meine Mate haben. Digga, der ist 15. Ja, sorry, alter. Halt mal, ich bin auch 15. Ja trotzdem, schon ein Bumsen, alter. Nee, mit dir hab ich nichts mehr zu tun haben. Bumsen. Auch wenn ich selber 14 bin. Ich spiel Trampolin auf ihn, das ist ja lustig. Und wie alt bist du, 12? Da haut doch die 17 aus. Digga, lauf einfach rüber, wenn er schreibt. Bring ihn dazu, einen richtig langen Text zu schreiben, alter, dann lauf einfach. Jetzt lauf doch schnell, jetzt lauf schnell. Was soll ich ihm schreiben? Missgeburt. Pass auf, willkommen! Boah! Boah! Das ist so ein Lauch! Weißt du, wir haben es geschafft, dass der laufen kann. Dann geht er zur anderen Insel und springt einfach runter. So ein Lauch! Ich bekomme, der einschreibt richtig weggebumst. Danke Nico, hat er geschrieben. Melly die beste... Frag mal, ob du jetzt die Handy-Nummer kriegst von ihr. Warte mal, it's all... Melly, kriegen wir deine Nummer für die Hilfe. Wir... ...carryn dich durch das Game. GUM! Good boy! Oh, sie hat geantwortet und ich hab sie runtergekickt. Game. Ja, okay. Dann hab ich gekillt, ja? Na loko, 112! Danke! Wir müssen jetzt Melly carrieren, sie hat uns die Nummer gegeben. Melly die... ah ne... Oh, weil du so heiß bist, ne? Weißt du eigentlich bin ich der Vater. Wir haben gesagt, wir carrieren die. Die in der Mitte ist und jetzt schießen wir zu dritt auf sie. Ist das Melly? Ist das Melly? Ja, das ist die. Oh, oh, warte. Sorry, Melly. Bei Gelegenheit kannst du nicht nur um einen Avatar angucken. Pass auf, Küfferkatze, komm! Was hast du gemacht? Nicht auf Melly! Hallo, hör doch auf, Jungs! Ich will ihre Nummer! Aua, irgendwer hat mich angeschossen. Aber Melly müssen wir jetzt töten ohne Spaß. Nein! Wenn die jetzt einmal durchkommt, Mann, wie viel Gold die hat! Hat die ein Eisenschwert? Ich hab'n Eisenschwert. Ich hab'n Eisenschwert. Wir haben alle eins. Guck mal, wir sind voll equipped. Kann ich mal kurz ein Eisenschwert haben? Nein. Ich geh in die Mitte. Da warst du. Jetzt gibt's denn nicht. Dann gib mir mal deins. Ja, danke. Boah, stört mir da jetzt. Melly, lauf! Nee, weg! Digga, warte, du brauchst auch noch Blöcke, damit du wieder zurückkommst. Ich hab' Blöcke, genau. Ich hab' drei Specs, was mit. Nein, Melly! Melly, nein! Das ist unbedingt gut. Ich hab' auch nochmal Eisenblöcke dahin gepackt. Ja, warte. Aber nicht so offensichtlich. Alter, ohne Spaß. Ja, dann können wir da... Warte, ich hab' noch Samtblöcke. Der hat'n Aim-Bot, ah ja. Ich hab' noch Samtblöcke. Oder hast du auch welche? Ohne Aim-Bot kann er das nicht, Mann. Der hat'n Aim-Bot an, ich spür. Ja, das glaub' ich auch, weil der trifft jeden einzelnen Schuss. Ja, weiß ich. Sofort. Jetzt, wie hat er das denn geschafft? Das, das... Hast du den auch runtergeschossen und der ist wieder drauf gewesen? Ja! Das war bei mir auch. Ey, shit. Ich bin hier bei blau und rot. Oh Gott. Was? Hä? Hm? Wir haben getroffen. Er ist runtergefallen. Hä? Hä? Soll ich durchlaufen? Ich weiß nicht, das ist ein Hacker. Den kannst du nicht so leicht töten. Dann töte ihn. Hier sind ja noch... Hier ist ja noch ein Bogen. Ja? Warte, ich bin mal blau, ich bin mal blau. Warte mal. Ich bin mal grün. Hab das Bett abgebaut, hab das Bett abgebaut. Hey. Ich hab' gerade reingekillt. Hast du ja vor das Bett kaputt gemacht? Oder ist er noch bespawnt? Ah, ich weiß nicht. Soll ich durchlaufen? Ich hab' noch Backstrap. Renn mal auf die andere Seite, auf die Seite dahinten. Da. Warte, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Bleib, warte. Ich, 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 ich klinge nicht runter, okay? Warte. So, erst aus unten. Okay. Gut, warte. Wir verwirren die, wir verwirren die. Ich komm gleich voll ausgerüstet, ne? Sauber, sauber, sauber. Get rekt, Alter. Niko, wir haben das blaue Team tot. So, ich hab, ich hab 10 Gold. Ich möchte gerne mal in die Base. Warte, nimm mit. Nimm eins mit, bitte. Okay. So. Da schießt schon wer auf mich. Helft mir! Oh, schaff ich den Sprung? Nein! Du wirst jetzt nicht mit 16 zurückgestorben, oder? Oh, Mann. Nicht dein Ernst, nein, du Scheiße, ey. Komm da erstmal rüber, das geht nämlich nicht, weil Chris da alles richtig cool zugemacht hat. Wir sind alles einfach nur fake. Wer hat nicht hier den längsten Scheißtor noch hingebaut, ey? Hat die Bene? Ja, das war Chris. Ich hab noch versucht irgendwie rüberzukommen und dir Blöcke zu bringen. Ja, du schreibst. Geier da und rüste dich aus, oder so. Schreib doch nicht mal, Niko. Ey, Niko, die schießen auf uns. Echt? Hörst du das nicht? Nee. Kann auch mal rüber schießen zu dir. Hörst du das ehrlich nicht? Doch, das hör ich. Aber... Ey, Digga, die Scheiße sind auch nur ganz knapp an dir vorbei. Echt? Ja, Mann. Das ist übelst knapp. Da bin ich ganz sicher. Blau kommt. Blau kommt blau, lass ich mal kurz rein da. Alter, direkt neben dich, Niko. Du bist... Oh, Mann, ey. Vielen Dank fürs zu Ende Schauen von diesem Minecraft Bad Wars Best Of. Mein Name ist Chris. Ich bin der Produzent von diesem Video. Bzw. Weiß ich, ob man das Produzent nennen kann. Ich hab das Ganze auf jeden Fall geschnitten. Ich bin Inhaber des Kanals Crying Destiny Gaming, wo ihr eventuell das Video sehen werdet. Das Video wird auch noch auf dem Kanal von einem der beiden Nikos hochgeladen. Die Kanäle und was auch immer sind alles unten in der Beschreibung, damit ihr zu den beiden Jungs kommt. Ich sah jetzt insgesamt vier Stunden an diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hätte ganz gerne mal ein bisschen Feedback, wie ihr sowas findet, ob ihr das feiert, ob davon mehr kommen soll. Am besten lasst ihr einfach ein Like da und wie gesagt ein Kommentar und ein Abo, damit ihr einfach nicht mehr verpasst bei mir und auch bei Niko. Niko lädt das Ganze nämlich auch hoch. Also nicht wundern, falls ihr das ganze Video noch ein zweites Mal sehen solltet. Irgendwo in den Weiten von YouTube. Denn er lädt das Ganze halt auch hoch. Er war mit dabei. Er hat meine Erlaubnis dafür. Also braucht ihr nicht irgendwie zu haten, weil er es runtergeladen hat, nur hochgeladen. Er darf das Ganze. Er hat meine Erlaubnis dafür. Jetzt kommt auch gleich schon das Outro. Da kommt ihr zu meinem letzten Video. Das war ein FAQ. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die nämlich auch genau darunter stellen. Und dann seid ihr eventuell auch im nächsten FAQ dabei. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video, hoffe ich. Bis dahin, haut da rein und ciao!